Heute präsentiere ich Ihnen diese Zweizimmerwohnung mit einem großen Eigengarten in der unmittelbaren Näsum Donaukanal. Die Wohnung befindet sich im Innenhof eines 2006 gebauten Gebäudes und ist im sehr guten Zustand. Im Haus steht auch ein Fitnessraum, eine Sauna und eine große Tachperasse zur Verfügung. Die Wohnung ist noch bewohnt, aber schon im Februar kann die Wohnung an der neuen Verwohner in unmöglichen Zustand übergeben werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Talibien einem